Oh scheisse, der Bär ist zu nahe bei mir. Ja, er verfolgt mich. Er verfolgt mich. Der Bär ist hinter mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe dem Arsch nichts getan. Okay, ich habe ihn gebullet, aber es wirkt nicht. Oh fuck, 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 fuck. Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. Ja, mache ich ja. Ich bin half live. Okay, es ist jetzt auf dich, Argo. Achtung, hinter dir kommt noch ein Kilo. Die kommen immer im Rudel. Helfen die zusammen, oder? Ja, die helfen zusammen. Die kommen immer im Rudel. Hallo Shorty, was machst du gerade? Okay, jetzt sind sie beide auf mich, Argo. Einer auf mich. Okay, dann knall ein bisschen drauf. Wenn du down ist, ist er down. Ist egal. Heidi ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Arc hier auf dem Cloud Server. Und heidi ho Max plays. So, heute wollen wir uns ein Argentaris zähmen. Und da ich alleine zu blöd dafür bin, habe ich mir heute die Simi mitgenommen. Hi Simi. Hallo. Okay, und da vorne haben wir auch schon das Ding der Begierde. Jetzt gehen wir mal schauen, ob wir den bohlen können. Es ist gerade noch etwas dunkles, es ist mitten in der Früh hier in Arc. Aber es müsste gleich heller werden. Also der Tag hat schon begonnen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Ding bohlen können. Wir müssen es nur noch finden. Da vorne ist aber ein Mammut. Wo? Wo wir die Aufnahme gestartet haben. Jetzt fliegt er gleich wieder. Ne. Jetzt fliegt er wieder weg. Da oben. Richtung Klipper. Okay. Ich sehe. Ich sehe. So. Das heißt, wir polzen mal mit einem Pfeil rauf und schauen mal, wie er reagiert. Ah. Den wieder treffen, ne? Ja. Ne. Das war nichts. Das war auch nichts. Ich glaube, ich habe die Pfeile leer, bevor ich ihn noch einmal getroffen habe. Und jetzt? Wieder nichts. Und ich habe die Steinpfeile drin. Ist nicht gut. Wir brauchen diese. Nein. Zack. Ausgerüstet. Okay, passt. Ich habe nur noch Steinpfeile verpulvert. Aber er landet. Er geht in Landeanflug. Ne, jetzt wieder nicht mehr. Ich habe schon die Bowler bereit. Scheiße. Komm runter. Du Sack. Ich weiß auch nicht, was er für ein Level hat. Bitte? Ich treffe ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Aber er landet. Er landet. Er landet. Ich habe schon die Bowler gezückt. Und. Okay, ich habe ihn gebowlet, aber es wirkt nicht. Oh fuck, 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 fuck. Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. Ja, mache ich ja. Ich bin halb live. Okay, es ist jetzt auf dich, Argo. Komm, schieß, schieß. Ja, bin ich dabei, bin ich dabei. Ich bin schon wieder halb live. Ach, scheiße. Was hat denn er für ein Level? Ich muss auch weg, ich bin gleich tot. Ich muss weg von ihm. Ich muss mich irgendwie pushen. Weg, weg, weg. Oh, oh, oh. Geh aufs Nasson, geh aufs Nasson. Ah. Jetzt ist er auch noch Argo. Scheiße, was machst du? Kämpfen die miteinander? Nein, er ist bei mir, er ist bei mir. Nein. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Nein, lass weg, lass weg. Lauf weg. Ich kann nicht mehr laufen, ich habe schon gebrochenes Bein. Ich schiess ja auf das Mammut. Ich bin gleich tot, jetzt bin ich tot. Das war jetzt das Mammut. Ah, fuck. Ja, scheiße. Fuck. Jetzt kämpfen sie miteinander. Okay, wir müssen außen unbedingt ein Bett aufstellen, weil sonst haben wir immer den Riesenweg. Absolut. Was soll ich jetzt, was soll ich in der Wald probieren? Nein, warte einfach. Warte einfach, ich komme gleich zur Tür wieder. So Leute, ich habe jetzt mein Zeug wieder geholt, habe ein Fundament hingebaut mit zwei Betten drauf, damit wir wieder spawnen können, wenn es ist. Und jetzt haben wir den Argentavis wieder in Aussicht. Der Born ist auch Zweiter. Ja, habe ich gesehen. Und er wird auf mich angehen. Nein, er fliegt gleich schon weg. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich hasse das Vogeljagen. Es ist einfach so scheiße. Es ist echt einfach kacke. Okay, getroffen. Nice. Nice. Aber ich glaube, wenn er jetzt bewusstlos werden würde, würde er die Klippe hinunter fallen. Und da runter springe ich nicht. Das könnt ihr euch abschminken. Nein. Nein, nein. Dies, das habe ich schon mal genossen. Ist nicht so geil. Ah, da vorne ist auch. Ja, da wäre noch einer. Siehst du? Yes, habe ich gesehen. Aber ich wollte eigentlich den, weil der ist ja... Er sollte ja schon einiges abbekommen haben. Warum kann ich den Arsch nicht bohlen? Wo ist denn er jetzt hingeflogen? Hä? Okay, er ist irgendwie da runter. Also, gehen wir zum nächsten. Ja, genau. Hier vor mir. Hast du den Bohler? Habe ich. Ich will das mit der Bohler jetzt testen. Warum geht das nicht? Die Argentavis sollten doch gepohlet werden können. Oder braucht man dazu eine Kettenbohler? Das könnte sein. Ich glaube nicht, dass ich den Argentavis. Betroffen, aber er reagiert nicht. Level 20 oder was habe ich jetzt da gesehen? Ich weiß nicht. Ne, 100. Ich sehe es nicht. 120. Ne, der ist ja wieder so aggro. Knall drauf, knall drauf. Er darf nicht nur auf mich aggro sein. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Er ist nur auf mich aggro. Was ist mit ihm? Ja. Ich bin schon wieder beim Half-Life. Meine Rüstung geht auch schon in die Binsen. Ja, er ist down, er ist down, er ist down. Nicht mehr drauf schießen, nicht mehr drauf schießen. Nein, nein, nicht. Okay, knall im Fleisch rein. Du hast Fleisch. Und wir warten einfach. Okay, wir sehen uns später wieder, Leute. Jo Leute, Argentavis haben wir. Level 26 hat 6 dazu bekommen. Und wir stellen ihn jetzt mal auf alle anhalten. Also der soll anhalten und er kann sich eigentlich, ja ist egal, kämpfen kann er ja. Aber er soll auf jeden Fall anhalten, weil wir müssen eh weit weg. Also der soll einfach da stehen bleiben. Kommst du mit? Doch, warte, ganz kurz. Ich muss ihm noch schnell Fleisch rein geben. Okay. Weil wir wollen noch einen Bären. Und da unten ist einer. Ja. Ich war schon am Schauen. Am besten nicht laufen wegen dem Wasser. Aha. Da unten im Wiesenthal war ein Bär. Und den wollen wir uns auch noch holen. Dann haben wir zumindest mal etwas zum Bärenfarmen und so weiter für Narkomittel. Weil derzeit ist es noch alles mühsam. Das ganze Narkosemittel herzustellen oder alles. Und für den Bären brauchen wir irgendwo einen Stein, wo wir uns draufsetzen und draufstellen können. Sonst… Ja, da unten, der grüner. Siehst du den? Der neben mir. Der da, wo ich jetzt vorstelle, ja? Achtung, hinter dir ist noch ein Gertavis. Oh, okay. Danke. Kommen wir auf den Stern rauf? Ich glaube eher nicht, oder? Nein. Das ist schwierig. Ich habe es gerade probiert. Da geht's. Was soll? Ja, ich weiß nicht… Hoppula! Ich guck dich, ich lauf mal rüber. Ich weiß nicht, ob es… Aber kommt da der Bär rauf? Ja, bleib einfach da hinten. Ich hole einen Bären und lauf dann mit Bären hierher. Okay. Geil, wer jetzt ein Fernrohr zum schauen, welches Level das Ding hat, ne? Ja. Ich geh mal vorsichtig vorbei. Mal von hinten anschleichen. Level schauen. Level 55. Okay. Sollte gehen. Vor mir steht gerade ein Mammut. Ich schieße ihn jetzt an und lauf einfach zurück. Ja. Ja. Okay, ich bin schon unterwegs zu dir. Ja. Ja. Er ist sicher voll knapp hinter mir, ne? Er ist sicher voll knapp hinter mir, ne? Er ist sicher voll knapp hinter mir. Knall drauf. Halt drauf. Halt drauf. Halt drauf. Ja. Mah, scheiße. Okay, er hat dich runtergedroschen. Runtergedroschen. Nein, scheiße. Ah, ich lauf gleich. Er ist auf dich heiss. Knall ihn ab. Ich bin dabei. Oh, jetzt ist es auf mich, jetzt ist es auf mich. Nein, scheiße. Oh, fuck. Ist der so stark? Oh, fuck, 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 fuck. Knochen gebrochen. Auch tot. Gut. Wir haben jetzt eine Bretten in der Nähe. Müssen wir schon. Das war hier unten. Okay. Gut. Bist du auch gestorben? Yes. Okay, Leute. Also das mit den Bären lassen wir gut sein, weil wir haben hier nirgendwo die Möglichkeit raufzuklettern, wo er nicht dran kommt. Jetzt nehmen wir uns noch ein Kilo mit. Warte mal, das ist Level 20. Was hat der da unten? Der wäre Level 85. Der ist besser. Nehmen wir den. Ja. Und. Kommen wir hier rauf? Ach, nirgendwo kommt der Bärener auf. Stell aus. Wenn der dich mit dem Schwanz erwischt, dann viel Spaß. Er dreht sich immer erst um, bevor er schlägt. Okay, heizt drauf. Und sobald der da unten ist, nicht mehr schießen. Achtung, hinter dir kommt noch ein Kilo. Die kommen immer im Rudel. Helfen die zusammen, oder? Ja, die helfen zusammen. Die kommen immer im Rudel. Okay, jetzt sind sie mal beide auf mich. Agro. Ja, einer auf mich. Okay, dann knall ein bisschen drauf. Wenn er da unten ist, ist er da unten. Ist egal. Ja, ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Ich habe noch. Stell aus. Okay, ich glaube, er läuft schon weg. Er wird bald mal liegen. Ich heize jetzt auf den anderen, gell? Ja, kannst machen. Scheiße. Okay, er ist down. Er ist down. Super. Nice. Yes. Der Ankylo ist fertig. Und finde ich geil. Finde ich geil, weil es hat ewig gedauert. Aber jetzt ist er hier. Level 127 hat einiges dazu bekommen. Das ist richtig fett. Jetzt schauen wir mal zur Simone. Was sagt sie? Der Ankylo, der frisst nichts. Es ist voll komisch, der frisst nichts. Der ist schon richtig runtergehungert, aber er frisst nichts. Jetzt warten wir mal noch ab. Was er sagt. Ähm, ja. So, ihr seht, er ist auf 48,3% und hat von der Nahrung her. Mal schauen beim Bären. Der hat von der Nahrung her, ähm, wo ist er? Nahrung. Er ist echt schon runtergehungert, aber er frisst nichts. Er frisst einfach nichts. Was soll man machen? Und da oben ist schon wieder ein scheiß Bär. Okay, wir werden das einfach mal abwarten. Dann, du gehst bitte mal auf Passiv, mein Freund. Und auf, äh, alle anhalten. Das soll stehen bleiben. Okay, es halt, es halt. Okay, wir werden das mal abwarten. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier die Aufnahme beenden. Oder was sagst du? Ja. Passt. Okay, äh, es ist auch schon wieder schweinedunkel. Ihr seht eigentlich gar nichts. Ja, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Gut. Dann, äh, gehen wir einmal auf die, äh, ob ich käme. Okay, ich bin schon wieder nackt. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Lasst ein Like oder einen Kommentar, würde mich freuen. Und ich wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao. Tschüss. Zled Drei Malbach. Eh, jetzt wünsche euch Que Since that. Ich bin bereit. Das heißt, wir sind alsスuf mit deinen Metam mit. Also haben wir Haben Sie raus können.